Hallo, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Lego Star Wars, die komplette Saga. Oh ja, ich freue mich drauf. Oh, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Lego Star Wars ist super geil. Lego Star Wars ist geil, aber übel. Ich weiß, okay, das ist... Na, okay. Zack, zack, zack. Okay, ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen hier. Ich habe das Spiel damals... Also ich habe das hier zu Hause rumliegen. Sorry. Eine Aktion ist das, genau. So. Hinstellen. Da hinlegen. Das da hinten da hinlegen. Machen wir auch einfach mal. Wir legen es einfach mal alles überall hin. Ähm. Ja, ich habe dieses Spiel auf meinem... Äh, auf CD noch hier rumliegen. Aber das ist nur Teil 1 bis 3. Sag ich jetzt mal. Ähm. Und nicht die komplette Saga. Und ja, ich gucke mich hier jetzt erstmal ein bisschen um. Ich weiß nicht, wie... Hallo. Okay. F2. Achso, genau. Wir könnten das... Man könnte das Spiel auch zu zweit spielen. Stimmt. Okay, wir brauchen halt ganz viel von diesen... Ähm... Dingern hier. Von diesen... Von den... Von den... Äh, was sind denn das? Schrauben oder so? Das ist ja wie in... Ist ja in jedem Lego Star Wars Teil irgendwie so. Oder in jedem Lego Teil, meine ich jetzt. Braucht man ja solche Sachen hier. Muss man... Muss man die einsammeln. Was ist das hier? A beenden. D Zufall. W... Neuer Name. S tauschen. Achso. Kann man hier seinen Charakter erstellen? S? Oh, cool. So, okay. Moment. Nein. Dann will ich... Dann will ich wieder... Äh, 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 äh. Ah, speichern. Beenden. Genau. Abbrechen. Ja. Brauchen wir nicht ab... Äh, speichern. Das können wir erst später machen. Was machen wir erst später? Gucken wir mal hier lang. Das ist hier die Bonus... Das ist... Warte, was ist das? Das ist die Bonus... Okay, das ist Bonus. Okay, da gehen wir noch nicht rein. Hei, hei, hei. Ich muss mich erstmal echt wieder reinfuchsen in dieses Spiel. Was ist hier hinten? Beide Spieler müssen aktiv sein. Zwei Spieler Arcade-Modus, okay. Und hier... Okay, dann gehen wir erstmal in Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Ich muss meinen Tastetumor wieder zurechtdrücken. Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich das nicht irgendwie... Ach doch, kann ich. Alles aufbauen. Komm schon. Yes. Huh. Ganz viel Hilfe. Das ist sehr schön. Äh, und ja, Leute. Das wird ein Spiel, was ich zu 100% spielen werde. Mal... Endlich mal. Dass ich ein Spiel zu 100% irgendwie spiele, ne? Oder ich will es versuchen zu 100% zu spielen. Weil es ist echt cool. Man schaltet hier echt coole Sachen frei. Raumschiffe und so. Soweit ich das jetzt weiß. Also aus dem anderen Spiel. Äh, Story. Ähm. Ja. Ja. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 1. Verhandlungen. Die Republik ist in Aufruhr. Seit die Schiffe der Handelsföderation, alle Handelsrouten von und nach Naboo, einem kleinen Planeten in den Mid-Rim-Territorien, Territorien blockieren. Während sich die Lage weiter zuspitzt, schickt der oberste Kanzler heimlich die Jedi-Ritter Ki... Ki-Gong Jin und Obi-Wan Kenobi nach Naboo, um den Konflikt beizulegen. Okay. Oh man, ich hab dieses Spiel damals so gerne gespielt. Also, Teil 1 bis 3. Episode 1 bis 3 so. War schon geil. Jetzt die komplette Saga zu haben, ist cool. Ich glaub, das wird ein bisschen... Äh, äh, ein etwas längeres Let's Play. Ich weiß nicht wie lange, aber schon ein bisschen. Hallo? C3PO ist das, ne? Warum haben die jetzt unser... Nein! Okay, es ist... Fängt wirklich so an... Übernimm die Steuerung für sie. Ja. Okay, ich will auch Obi-Wan spielen. Es fängt wirklich so an wie damals das, ähm... Das Spiel, was ich halt... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich müsste ich mir Flo schnappen und das Spiel mit ihm zusammenspielen. Weil ich das damals auch immer mit ihm gespielt habe Aber egal Okay, ich glaube wir können das Spiel beim ersten durchspielen Oder alles beim ersten durchspielen eh nicht schaffen Aber Okay Bam, 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 bam Ganz viel Genau, oben seht ihr die Leiste, die wir füllen müssen Ups, äh, S, A So, okay, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen Die wir leisten, äh, die wir füllen müssen mit diesen Lego-Steinen hier Ah, 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 zack Ich glaube wenn man Ja, gedrückt hält, dann kann man auch blocken Äh, müssen wir das nicht irgendwie Oh Mann, ich drücke immer die falsche Taste Genau, so zusammensetzen Und so zusammensetzen Sehr geil Vielleicht lade ich mir zwischendurch mal irgendwie Einen Gast ein oder so, mit dem ich das zusammen zocke Aber das ist halt ein bisschen problematisch wegen Zwei Mikrofone und so Einstellen Und die ist das Geh weg Ha, boots Dieser Angriff ist so geil Ach genau, hier müssen wir auch noch Wie kam ich da denn nochmal hin? Ähm Zwar hier, genau Das müssen wir zusammensetzen Das kann ich das nicht Dann muss ich das von hier aus machen Ja, von hier aus, okay Ah Zack Hoch War das da oben? Ne, das war nicht da oben Wo war das denn? Hier ist auch noch was, genau Man muss nämlich Bestimmte Sachen hier finden Zack, zack Ruhig mal mit Schwert raus Ne, okay Hier ist es nicht Irgendwas Musste man hier noch alles finden Irgendwelche Bausteine glaube ich waren das Wir haben gleich schon Alle Dings gefarmt Alle Dings gesammelt Alle Ihr wisst was ich meine Zack Zack Alle Lego Steine Genau, hier brauchen wir Z3PO Oder einen von diesen beiden Robotern Ich weiß gar nicht wie der andere heißt Ähm Um das zu öffnen Genau Diese Kids hier brauchen wir Zehn Stück pro Level Bup Okay Und Hoppa Da ist Z3PO auch schon Zack Boom Zack Boom Okay Die Lego Steine haben wir gleich alle zusammen gesammelt Power Level Up Okay Oh Hä Das kenne ich noch gar nicht Haben wir jetzt mehr Wir haben jetzt mehr Power Ja man Das haben wir jetzt auch zusammen gefarmt Das heißt Mehr Lego Steine müssen wir jetzt nicht farmen Aber sie sind ganz praktisch Wir können uns später dann im Hauptmenü Also da In der Haupt Mitte Sag ich mal Ähm Sachen kaufen Können da Sachen freischalten Dafür brauchen wir R2D2 Den haben wir jetzt gerade nicht Okay Hallo Jetzt heißt es den ganzen Weg Zurück Äh Laufen Lego Konsolen A Aktivieren Was Droiden können sie Was hab ich jetzt Okay Z3PO kann noch nicht springen Wenn das Z3PO ist Ich weiß es gar nicht mehr Kannst du mit A aktivieren Ja Können Lego Konsolen mit A aktivieren Steuere an Achso Indem ich W drücke Genau Ich will bitte Nein Ich will bitte wieder Ihn haben Bleib hier Nicht weglaufen Okay Dann laufen wir erstmal Warte sind wir jetzt schon am weitesten zurückgelaufen Ne Hier hinten war doch auch noch ein Weg zum Öffnen Ne Ich glaube schon Ja hier brauchen wir ihn noch Genau Hallo So und da ist ein Kid wieder Genau Das heißt ich will Jetzt kann ich wieder wechseln Genau Der kommt nicht mehr raus Okay das da ran Achso ja genau Jetzt muss ich hier hin Und er geht automatisch auf das andere Sehr geil Oh man Wir haben das zweite Kid Sehr gut Sehr 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 gut Okay das hier können wir dann auch noch da ran Friemeln Genau Genau und jetzt können wir den irgendwo Achso der hebt jetzt für uns die Kiste hoch Wie es aussieht Setzt sie da oben hin Oh man Geh weg Ich glaube wir müssen uns hier raufstellen Das Ganze dann bewegen Damit wir Hier hochgebracht werden Und das bekommen Oh sehr geil Oh Wie viel war das Boah Das waren glaube ich 6000 oder so ein Shit Schön Sehr schön Die Tür dürfte jetzt noch offen sein Ne genau Gut was bekommen wir hier denn So schönes Ach genau Durch diese Schächte können wir jetzt zum Beispiel nicht durch Dafür brauchen wir andere Figuren So Kommen wir da überhaupt noch hoch Jetzt kommen wir noch hoch Ich weiß gar nicht Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch Mann Ich weiß doch gar nicht was es bringt da hoch zu gehen Okay ja hier zum Beispiel müssen wir dann später nochmal hin Als eine etwas andere Figur Mit einem kleinen Menschen müssen wir hier hin Hier brauchen wir R2D2 okay Ja wir werden lange Zeit in einem Level immer verbringen Das ist Ja 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 Vielleicht Anfangs sind so ein bisschen nervig Aber ich weiß nicht genau Ähm Müssen wir den irgendwie So Nein Nein Ah okay Zack 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 Komm her Okay Zack Aktivieren Nein ich will wieder ihn spielen Danke So hier drin war glaube ich auch noch so ein Kit oder so Genau wenn wir das hier Nein War hier nicht irgendwie auch ein Kit Ah Achso nein Erst wenn wir das hier Da hingestellt haben Können wir irgendwas hier mit machen glaube ich Ach egal Bam Können wir nicht irgendwas hier mit machen Ja da oben war es doch Ich habe es doch gewusst Na Super dass ich die erste Episode 1 bis 3 immer so gesuchtet habe Okay Nein Scheiße jetzt komme ich noch nicht mehr hoch Okay Moment Ah Hm Hm Bats Bats Habe ich die? Ich glaube die habe ich Oh Mann Ich komme noch nicht wieder hoch Scheiße Oh Leute wir hatten kein Leben mehr Ups Na uah Okay da oben brauchen wir glaube ich C3PO Aber C3PO könnte mit uns gar nicht da oben hoch gehen Deswegen müssen wir später nochmal in einem freien Modus spielen Denn da kann man die Charaktere zwischendurch wechseln Mann ich komme da gar nicht hoch Hä Mann Das ist doof mit der Tastatur zu spielen Weil ich Wenn ich jetzt zum Beispiel nach oben und nach rechts drücke Auf den Pfeiltasten Dann kann ich nicht Mehr Eine andere Taste drücken Oder dann wird die nicht angenommen Das ist ein bisschen doof Das dorthin Das dort rauf Okay so kommen wir da wieder hoch Okay Eigentlich müsste ich mich beim ersten Durchspielen gar nicht darauf konzentrieren Dass wir hier alles einsammeln Nur so das wichtigste Wie zum Beispiel Die ganzen Gelder Ich komme doch Wieso komme ich da nicht hoch? Ich komme doch locker hoch Hä 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 Mann No Ich will da hoch Ich komme doch nicht hoch Okay Leute Das war's Dann kommen wir da auch nicht hoch Dann brauchen wir dafür Einen Sprungstärker hin Oder auch nicht Wir brauchen einfach nur Ziemlich Glück Power Up Achso Daher habe ich dieses Power Up bekommen Oh ne Nicht die Dinger Oh ne Ah Geh weg Puts Puts Okay Moment Ähm Das Ding Dorthin stellen Bekämpf du doch schon mal die Viecher da Äh Ich weiß nicht mehr seinen Namen Ja genau Bekämpf sie mal Ey Lass mich das Ding da oben rauf stellen Lass mich doch das Ding Die ziehen zwei Herzen ab glaube ich Alter Äh Äh Ah Bamm 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 Ich kriege keinen Schaden irgendwie Ja das Schild ist einfacher damit zu durchbrechen So Danke Okay Ähm Könnte ich das jetzt bitte da oben rauf stellen Genau Das hier Aktivieren Aktivieren Schalter umlegen Jetzt warten Haha Wird der echt angesogen? Ach scheiße ich hab den falschen Knopf gedrückt Nein Ich will nicht nochmal warten Nein Okay Ah Höp Höp Okay Jetzt bitte rüber da Nicht deine Ernte So Nochmal alles aktivieren Und jetzt nicht Dumm sein Ja Ja Wir sind nicht dumm Super Zieh Ja Geil Das hätten wir auch Ach Okay damit müssen wir noch anstehen Okay Zusammen Bauen Hä Oh cool Oh cool Mio Nein Okay was kann ich mit A machen? Nichts Also bringt uns das eigentlich nicht viel Hier zu sein Also hier das Ding zu haben Einfach nur Weil es cool aussieht Okay Und wir damit eben hätten kämpfen können Alles klar Ups Nein Das zusammenbauen Oder so Das ganze Ding hier Das ganze Ding können wir bewegen Irgendwie Da Jetzt Zack Hingebaut Okay Jetzt können wir hier rauf Das holen Achso So Zack Wow Das könnten wir auch nochmal alles Zerschnetzeln Irgendwie Hey Hey Ups Sorry Hä Ach ne Gar nicht Stimmt Wir müssen hier nämlich Das hier aktivieren Oder Warum können wir das jetzt kaputt machen? Und eben nicht Power up Okay Boom Ich weiß auch immer was gerade gebracht hat Das zu aktivieren Das ist unnötig gewesen Aber okay Gut Ähm Haben wir das alles zusammen gefarmt Dann müssen wir das jetzt öffnen Das jetzt öffnen Kann ich jetzt hier rüber Mein lieber Volksmann da Kommt auch rüber Dann haben wir das Deaktiviert Ah Bam Schön So Ich weiß nicht was wir hier jetzt noch haben Kommen wir da hoch Nein da kommen wir nicht hoch Okay Hier brauchen wir C3PO Hier haben wir noch einen Tausender Okay Schön Zack Hier rein Hier rein Oder hier hoch meine ich jetzt Das holen Sonst haben wir hier glaube ich nichts mehr Guck mal her DC14 ist das Okay Nicht C3PO Ne Stimmt C3PO war der Andere Der braune da Level abgeschlossen Freispiel Freigeschalten TC14 haben wir freigeschalten Okay Wahrer Jedi 100% Genau Und jetzt Steine gesammelt Schön viele Auf jeden Fall So 65.000 Ist halt echt schon Ist okay Ist okay Minikits Genau Jetzt bauen wir nämlich ein Raumschiff zusammen Aber wir haben leider nur 5 Teile Deswegen Haben wir es nicht Komplett Level abgeschlossen Wahrer Jedi Achso Und hätten wir dann noch Moss Aisley Oder Mo Aisley Aisley Keine Ahnung Wir machen weiter Ja 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 Auf 1 Speichern Speichern erfolgreich Dez Die Du Dez Dez